Die Kinder sind Pflüger, das Nest ist leer. Zurück bleiben mein Mann und ich. Völlig gerupfte Eltern, keine Turteltäubchen, Streithähne. Ein Sommer auf einer winzigen dänischen Insel soll unsere Liebe retten. Ein Neubeginn oder der Anfang vom Ende? Tja, Ehen werden im Himmel gemacht. Wie Gewitter, Hagel, Tornados und Sonnenschein. Sex ist immer noch schön, aber Weihnachten ist öfter. Von Marie Schwarzkopf. Untertitelung des ZDF, 2020